Rote Rosen, diese Influencerin wird zum Zobstar. Die ARD-Serie Rote Rosen begeistert seit Jahren die Zuschauer. Jetzt wird die Influencerin zum Zobstar. Jana Riever wird Gaststar bei Rote Rosen. Die 22. Staffel läuft nun schon seit ein paar Wochen in der ARD und schon jetzt gibt es jede Menge Drama. Dazu wird die Kölner Schauspielerin und Influencerin Jana Riever, 29, beitragen. Bekannt für ihre Comedy-Videos auf Instagram und TikTok, wird sie nun zum Serienstar. In der Episode mit Jana erfährt Simon, Tore Luthier, von ihrer Rolle als Lebensberaterin Amanda in ihrer letzten Arbeitswoche. Er war sofort von ihrem Coaching-Ansatz fasziniert. Da mein Interesse an Amanda nun gewachsen ist, denke ich darüber nach. Amandas Resort auf den Cap Verden für ein Jahr zu buchen. Was Simon nicht weiß, Amanda ist eine Betrügerin. David, Arne Rudolf, will ihn warnen, aber er hört nicht zu.